ja hey willkommen mein name ist aniel p.a. und ich begrüße euch zurück zu headspace of symphonia die chronicles edition in der letzten folge haben wir uns meine babys hier angeeignet die irgendwie nicht stillhalten können werkt doch mal stehen oder ich muss euch erschlagen so ja wir haben in der letzten folge ein bisschen die viecher hier gesammelt und mit den angst durch die gegend gelaufen und hier ist natürlich habe ich wunderbar weil sie nicht bleibt hier verdammt so da es letzte folge ja sehr gut geklappt hat mit den ganzen erfahrungsfähigkeiten habe ich mal rein hier mit ihm genommen und sie vielleicht auch ein paar neue hier lernen kann deswegen mache ich die gleiche prozedur mit ihr wohl wenn ich schon dabei bin und damit in anderen noch und zwar mit gen ist ja und zwar wir fangen dann hier so an er hat jetzt auf hier deswegen ist das bei ihm jetzt nicht so langsam gehen kam ich von ihr weiß ich gar nicht dass er truhe also war ich da noch nicht uns da einschließen nein ok dann mal hier stirnband ja ok dann bekommen stirnband also nicht wenn gebe ich da denn die mütze das ist für kann ich nehmen aber er kann stirnband nehmen die nehmen doch keine dinge hier haben wir sonst keine dinge hier ja wenn ich auch mehr so ein schal oder was da ist da anrichten stirnband ja stimmt von mir zum vollkommen ich muss den weg doch hier auch noch folgen machen wartet hier ok pass auf wir ziehen das hier wieder gehen weil ich kann nicht bis hierhin ziehen also nicht ganz mach ich denn das ja weiter wenn ich dann wieder irgendwann anderes betätige dann geht er doch wieder zurück ne das sieht verdächtig aus ein verstecktes wurde irgendwie wird es war mehr als verdächtig du aua na verdammt und ray einsetzen sehr schön und es ist voll gemacht da sind wir ein paar angriff ist beim da belieben da will die mit fern da will die man verhängt ich kann ja irgendwie trippel die mit ferien oder quadrat die mit fängen von lernen und so hat so und die ersten verbuchen schon ein paar erfolge unisono festgelegte wahrscheinlichkeit dass unisono attacken leiste nach gebrauch voll bleibt was richtig geil wenn mir ist nur irgendwas bringen würde so aufsteck gemacht ne mein Gott er hat jetzt drei dinger ok ttt es ist da bis die anderen bleiben so und 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 ja ich komme ja durcheinander du bist ja so dann haben und für den daran wahrscheinlich noch die koalition ok ist gut war das kann ja noch ein bisschen dauern habe so gefühl so habe ich da oben die rätsel in spiel sind viel zu schwer manchmal es war ernsthaft so warte jetzt ich komme da nicht ganz durch wenn es ihnen vielleicht nicht bringt vielleicht hilft dann schieben ja wie schieben hat man irgendeins muss doch hier irgendeins muss doch hier noch voll draußen sein oder so damit hat china ich komme ja oben nicht hin auch halbüchen fangst gm level 3 ja super da muss auch noch so ein fiesig gerade wie soll ich denn das schieben von da aus das sind schon so rätsel auf dem niveau von ist optional oder so wenn ich jetzt hier schießt dann ist das doch wieder weg da unten ne irgendwie ist das hier ein einziges was ich machen kann gerade warte jetzt glaube ich da nicht rüber hat hat was gebracht jetzt dann wieder zurück war zum teufel irgendwie doch farblich miteinander verbunden er hatte rote augen ja ne sehe ich das erst der hat blaue augen ist er da oben irgendwie vielleicht reicht nicht hatte man zum den da oben ob er hat auch nichts bringt kann ich ja noch durch das reicht doch locker jawohl den kann ich mal so lassen ok wollen wir uns den da oben mal wenn ich das anstellen soll jetzt nein nicht hier lang ach ja genau ich weiß 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 es gut man ne weiß ich nicht so jetzt hier lang jetzt muss ich wieder ganz nach oben laufen glaube ich schon lange nicht mehr seit zwei parts oder so ohne truhe geil schattentänzer es klingt wie eine waffe ist es auch für gennis ja so kommen wir mit was manchmal aber warte mal ist er jetzt auch da gecheckpoint sage ich mal ja na ok dann habe ich eine idee muss jetzt da wieder zurückschieben und dann muss ich den weg da hin bringen 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 genauso irgendwie so kann ich mal dann zu fast so jetzt kann ich wieder zurück schienen ich wollte ja eigentlich nix mit doch gar nix so bist du noch da ja das möchte der grüne augen habe ich mal hier an meine augen der hat grüne augen und der auch was der linke ist mit dem verbunden glaube ich jetzt muss ich wieder die erfahrungsgebung gewechselt gerne er schon paranoid hoffen jetzt sind zwei rum was soll er eigentlich mein doppelt in den fängen mein gott sieht er umgekehrt aus wenn er einsetzt und ich brauche wir sind die in seine angriff so flash hier aussehen irgendwie fahrungsfähigkeit also kennenzulernen sehr viele sachen jetzt so vorwärts warum habe ich denn mit ihm jetzt hat sie eingestellt wo ich komme voll durcheinander mit leute jetzt schon zu viele machen wahrerweise nicht auf schub muss das mit dingen zu leben plus das hätte ich gerne und das hier also als es war zum teufel man hat ja nicht schon vorher zuschlag und rolle die zeit der gegner nach einer basis attacke strauchel volkschauer schuss eines charakters aber eben lohnt es dann auf jeden fall so bei irgend bin ich glaube ich habe euch halt durchgegangen so weil es nicht unbedingt in den rhein rennen aber er fast mein gott da hat er alter wie lange hat das denn gedauert wirklich auf den augen mein gott da hat viel zu lange gedauert ja du brauchst zehn stunden um ein zauberhaus zu lösen bist der absolute hammer leute hat wieder was gelernt kennenz hat schon wieder was gelernt er lernt die ganze zeit weint rain lernt überhaupt nichts was soll das ich komme ganz durcheinander ich habe einige kombination schon ganz durchgekaut was zum auf manche heilung von schnauzeffekten diese krankheiten wieso noch sie lernt gar nix eigentlich in erster leben mit reinbart lernen warum auch immer ich dann ohne ende für genis und zell ausfahrt leute so jetzt muss ich das hier wieder schieben damit ich da hinten hinkomme vielleicht muss ich das ja nicht ganz schieben da müsste ich ja trotzdem dadurch kommen was hat bewegt da oben oder da unten mit dem mein gott ja also komme ich ja locker noch eine sekunde mal ja ich glaube ich habe es nochmal nochmal mit du auch kann ich euch irgendwo hin wo ich sag ich mach ich mal ich weiß man es gibt hier auch gar nicht mordy p zack bäms gut sehr gut Hier sind die Mumien Nur weil du auch ein Schwert und Schild hast, bist du awesome, so wie ich Irgendwie werde ich hier schon erfolgreich in dem Spiel Ich lerne langsam aber sicher alle bösen Geheimnisse und schmutzigen Tricks von diesem Spiel Ich werde schon sehen Ich werde angefangen, nicht gezählt als Benutzung So, los und schon wieder Gännis, mein Gott Wir lernen die ganze Zeit was Das ist doch irre Die Zeit für einen Spruch, wenn du diesen zum zweiten Mal hintereinander eingesetzt hast Okay Ey, Blocker Äh Ich weiß nicht hier So, jetzt ganz langsam So So Sie hat gar nichts gelernt Es ist sehr schön, ja So, jetzt machen wir das so Und sie lernt So Kommt mit Das war nicht, dass wir da vorbeikommen, aber was soll's Kommt es auch mit Achso Ich hatte vergessen, dass ihr Angst vor Licht habt Mein Gott, schaut mich hin, aber da ist noch mehr Licht Soll ich erst das Ding hier darunter bringen, oder Ja, okay, da musst du gleich wieder umdrehen, egal Wenn er wohl da durchkommt, der ist ja wohl Hey, kommst du, kommst du, kommst du, und du auch Ich glaube, dass ich euch für solche Taten ihren Namen geben werde Mann Das blöde Viech Mauer Ding, 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 ding Irgendwie ist, der ist die ganze Zeit Eis von der Raum einsetzen, oder bin ich nicht mehr rein Der Tidal Wave, genau Wer ist nicht auf Spam Er sollte es aber Er kann ja nur so kämpfen, er sieht doch krank aus, was der da macht Äh, wollte ich auch gar nicht, ich wollte das hier Ich da rein, bitte Nein, nicht zaubern, das ist böse Zaubern darf nur ich So, Guinness, on Brain, yeah Mein Gott, Guinness ist ohne Ende, welche wir haben bekommen Und jetzt kommt erstmal Rain ein So, meine Babys kommt mit Äh, darunter, mein Gott Blöden Viecher, macht mich hier nervös Das ist einer, die nicht an die Monster vorbeikommen Ich weiß es nicht Okay, was zum Teufel habe ich denn hier gemacht Ja, also, ich habe keine Ahnung, was ich hier schon gemucht Hat gemacht, aber noch nicht Stell TP bei Verletzungen wieder, ja, was Das ist gut Na So Nächster Gegner Aus der Kämpfe kommt hier gar nichts in den Folgen Kann das irgendwie sein Aber jetzt ist das Lernen mit Zeugs Ist doch mal gut Kann keiner sagen, dass ich hier produktiv, äh, unproduktiv bin Hellpire Appear Oder was soll ich Eruption, genau so hieß das Nur die ganzen Attacken jetzt auf der TP verbrauchen würden, ne Leute, hat sich eine Ah ja Warte mal, hab ich mich nicht bei ihm einfach gelassen, ich weiß ja nicht Äh, egal, ich komme durcheinander Lass mich Warte mal, ich tue bei Cellos gar nicht erinnern Ich weiß es nicht mehr Ich muss gleich mal aufhören, Dinger zu lernen Ja, du musst mal bei Cellos schon mal aufhören Wer bekommt jetzt Dingens Ewigkeitsgeist plus, ja Und Leben plus, wenn es geht Nee, hat er nicht Aber auf der Vitalität, ne Ja, in der Vitalität und Dingens Ne, muss man mal Vitalität und Ewigkeit Okay, dann mach mal das Kommt ihr jetzt mal hier Unter, ihr blöden Dinger Ich hab's doch nicht auf das Ding noch ausgemacht Ihr habt doch keine Angst Hat aber schon der Nächste wieder Vor allem hieß es nicht, dass Viechsal in vier Teilen aufgeteilt war Aber da hab ich mir jetzt schon wieder eingewählt So, drei Sehr schön Das hat vierte Da Kommst du jetzt Warum ist der Ding schon wieder an? Aber ist immer nur das letzte Was ich hier, das gibt's auch nicht Kommst du jetzt hier eben? Ja, komm zu Papa So Jetzt ist das wieder an, ne Ja Letztes, was ich Wenn du jetzt wieder hoch bist Und dann schlag ich dich Auch wenn du wahrscheinlich keine Materie hast Und ich dich schlagen kann Ey, alt Komm jetzt hier runter, Mann Ich finde die Krise Wo hab ich nur bei dir versagt Komm jetzt hier hin 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 Ich glaub der ist geistig behindert Kommst du jetzt hier hin, ne Ich krieg die Krise Yeah Mein Gott Ihr bleibt hier unten Sag mal Ich wollte nach unten gehen Um die wieder zu resetten Das ist auch glaub ich Ja, nach unten, ne Aber Was? Ey Die Säcke Ich hab getroffen Die Säcke 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 Von meinen graziösen Bewegungen Fertig machen Und verbunden Erfahrungsfähigkeit Ein Was wir dem Für den ich hier gar nichts mehr Also ja doch Habe ich doch So leben plus Visualität Was noch TP plus Bin ich jetzt nicht so Geist Shit Ich muss doch noch Irgendwas anderes hier lernen können Ich hab schon längst keine Ahnung mehr Da Ach der Säcke Oder Nee Ich muss Aber was muss ich nochmal machen Ich muss jetzt einmal rausziehen Und dann Muss ich nochmal nach oben So hab ich das verstanden Glaub ich Wartet hier kurz Okay Ciao So einmal ziehen Und dann Na oben Ne So weit Ich möchte die restlichen Dinger Ja wie es Da reinpacken Blöder Und mein Demonfang Zwei Meine ich Majinkens Zola Warum nicht Nie Majinken Oder irgendwie So was Nie Majinken Zweimal Zwei Mal 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 Und das war Vollkommen Und sonst Okay Das mal Verbund Fähigkeiten Im Moment Jetzt hat den Ganz reinschieben Das kann ich doch so Zurück Jetzt nicht extra Mocken Ob das so Richtig ist Das wird schon Das ganz raus Sein Nehme ich an So Ich habe jetzt keine Verbundlinger Aktiviert Das hängt Ich jetzt einfach Mein Gott So kurz Auf einmal Eine Steht Immer Abseits Da kann Das sein Das mal Gucken So Jetzt hier rum Genau Dann haben wir Jetzt auch noch In diesem Part geschafft Komm Er Kommt So Papa Ja Natürlich haben Weiß auch Da unten Kommt Auch Jetzt locker Hin und Das heißt Fortschritt Wir haben Was geschafft Diesen Part Außer Noch Zu kämpfen Und Werde ich dann Vor Am nächsten Part Wahrscheinlich Die ganzen Erfahrungsfähigkeiten Wieder So umstellen Dass ich Ein paar Dinge aktiviert Habe Anstatt Hier Zum lernen Und dann Ja Jetzt kommt Wieder Die Statt Läh Dann Aber Nigeru Wat Ich bin Nicht so Aufgeflohen Deswegen Weiß ich Da Nicht Ne Boah Es ist Da Wer Jetzt Leck Mich Ich Krieg Die Krise Danke Danke Ich Schäme Mich Bei Den ganzen Monster Die Denken Ich Bin Gefailter Vater Irgendwie Jetzt haben wir Alle Fünf Ich bin mir sicher Es waren Fünf Teile Wir haben Sie Endlich Alle Beisammen Jetzt müssen wir Diese kleinen Kerl zum Siegel Im Untergeschoss Führen Aber Erst In der Nächsten Folge Ich bedanke Mich Aller Herz Fürs Zuschauen Und Sage Du Blöder Bastard Ich wusste es Irgendwann Wenn ich Versuche Zu Verabschieden Oder Mich Begrüße Irgendwann Rent mir Dann Irgendein Typ Mitten Da Rein Deswegen Tue ich Meistens Im Menü Ja Die ganzen Begrüßungen So Begrüßungen So Eieiei So Krise Zerstören Wir Hier Noch Und Dann Gehts Weiter Mit unserem Täglichen Programm Zack Demon Fang Double Demon Fang Natürlich So Ich Speichere Jetzt Hier Und Wir Seien Uns In In Let's Begrüßung Zufohlen Ich Zuschauer Und Sange Tschüss